so freunde willkommen zum zweiten tag des blutigen kampf nun hier ist keine eilung keine wiederauferstehung füllen sterne und alle farmen sind erlaubt wir sind den ersten tag 5 0 gegangen und die verteilt okay ja von mir aus dann ist er halt c ist besser als eine also schon mal ein vorteil für uns okay ja wir versuchen einfach unser bestes und das sieht doch schon mal wieder ganz interessant aus hier mit zuge mit zuge mit zuge okay lila bietet sich an ja 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 lila bei lila nehmen wir damit und da weiß ich halt auch schon was wir da nehmen wir spielen das ohne dem panter wir spielen das nämlich mit zuge mit zuge mit zuge ja genau jetzt war ich da so drin nein wir spielen sich mit wir spielen nicht mit zuge sondern wir spielen es mit rotbart jedenfalls das passt schimmerschuppe und leo die beiden also leo muss ja mit für die bei den lilanen hier die demilinz ja werden sich da schon hoch bauschen hoffe ich und dann werden wir einfach sehen was der rotbart macht der rotbart kann sie treffen kann sie treffen an ihn treffen die beiden mit glück werden wir sehen okay auf geht es wird steht und fällt mit mit lila und wir haben lila das ist sehr gut diamant wäre alles andere als wäre unklug wenn wir die nicht machen würden wir machen jetzt dieses match weil dann haben wir nämlich die beiden demilinz an rotbart noch nicht das ist aber nicht schlimm den holen wir uns jetzt durch den diamanten den wir dann machen so perfekt ja vielleicht nicht so viel aber wir heilen ja eh nicht okay ist ja gut passt ja so wir gehen auf frau potz okay schön wir können wieder lila spielen dann haben wir die demilinz und dann würde ich sagen hauen wir erst mal hier die auch an raus die brauchen wir nicht dann weg dann feuern wir hierhin haben hier noch gelb ja das war natürlich ein schönes board kann man nicht anders sagen jetzt kannst du auch und das ist in die kunst jetzt bei rotbart ne wir brauchen keine steine mehr wir können jetzt hier spielen wir müssen halt nur immer mal gucken wie viel leben hat die noch und dann stirbt die von alleine ist es halt nur dass wir zeit schinden müssen tausend punkte die waren relativ einfach nur tuns okay mehr gelb ne wir nehmen gelb mit rotbart brauchen wir nicht white fang brauchen wir auch nicht die demilinz die sind okay weil man hier auf leo gucken muss ich würde aber statt rotbart einen anderen gelben nehmen christine wird nicht viel passieren die werden nicht viel tanzen wir nehmen zuge mit ja warum nicht warum sollten wir ihn nicht mitnehmen das ist aber natürlich das problem leo und zuge haben die gleiche gleiche klasse aber es ist wie es ist wir werden mal schauen dass wir die nehmen die hat 27 verteidigungen besser als nix wenn wir genug gelb kriegen und so einen minion als puffer haben dann ist das ja ganz nett okay ähm spielen wir lila das ist erstmal gut ne wir können auch hier spielen wenn wir die spielen dann setzt sich die bombe hier hin also hier oben hin in dem fall das heißt der rutscht einen nach oben er rutscht einen nach oben er rutscht zwei nach oben wir hätten vierer match ist das korrekt jawohl dann spielen wir das nämlich auch so dann nehmen wir jetzt auch den ein weil dann haben wir schimmer schuppe schon mal an und es kann halt was nachkommen und das ist auch tatsächlich so das ist erstmal okay wir gehen hier hin primäres ziel ist jetzt zuge anzukriegen ne so okay er ist gleich down der wird nicht nochmal auslösen dann gehen wir damit mal auf liana sie löst aus also können wir hier hinten in die ecke auch spielen okay sie killt sich selbst sehr schön wir können ja wir spielen jetzt in ihn rein er ist dann sowieso tot no revive for you jetzt mal gucken wo er hingeht er nimmt den mega minion von mir aus also beide zuge beide demilin sind jetzt an das sieht erstmal gut aus ja das habe ich mir gedacht das ist wie es ist so das war in ordnung nehmen die drei lilanen in mayana rein ah ja ah ja okay erstmal noch gut ist noch alles in butter sie killt sich wir machen einen neuen minion wir gehen hier hinten hin weil Magni wird sich jetzt killen jo okay gut 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 999 hatte gerade mehr punkte fallen angel mit dem kackehaufen sehr gut kagan bender mena sollten kein eis mitnehmen okay ja das denkt jetzt ne wir spielen gegen kagan also nehmen wir schön eis mit und dann kommt xandrella und feuert auf alle nee nee so machen wir das nicht wir werden mit white fang spielen und mit rotbart weiß white fang mit blau ist natürlich jetzt ein bisschen gewagt vielleicht spielen wir auch gar nicht mit ihm ja weißt du was wir wir umgehen das einfach wir spielen mhm aber wir nehmen rotbart auf jeden fall mit die frage ist ob wir mit gelb spielen oder ob wir blau nehmen äh blau blau meine ich gar rot 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 ich meine nicht blau blau nicht rot äh wegen den zwei grünen mhm vielleicht auch ein die milion rausnimmt und das so vielleicht platziert dann könnte man auch die mayana nehmen dann würde ich wahrscheinlich den astral elfen auch neben hammer klang stellen könnte man das so machen ich habe übrigens mal starlas hier so ein bisschen im pvp schon getestet der macht spaß ja der macht echt spaß ich freue mich drauf so das passt tatsächlich von allem hier ich würde ich würde es mal so machen na komm let's go ach nicht viel rot wir arbeiten dran so jetzt machen wir bewegungen weil wir haben ja hier nichts ne ok wir haben rotes match das spielen wir noch dann haben wir noch ein lila match das ist auch in ordnung das ist schön dass er sogar auf die beiden da gegangen ist verliere ich so langsam den überblick wo meine steine sind ich hasse das bei den super elementar hellen ok wir haben alles an ok die beiden na nur er wird gesilenced ok er geht darüber das ist sogar auch sehr schön dann würde ich jetzt mal sagen wir gehen hier hin noch mal klang ok gehen da hin da hinten gehen wir mit ihr hin ok so jetzt ähm können die da erstmal ihren ihren Disput nein ach nein ich hatte die combo habe ich nicht gesehen ist egal alles down hier weg mit dir das ist sehr viel lila das müssen wir definitiv ja wir spielen das jetzt so soll er machen ja wieder auf dem genau bin dir und auch sehr viel lila mit ne sehr viel so Rotbart ok gut sehr gut Chosmo Mamas Pris Haus ok ja hier müssen wir mit gelb ganz klar gelb aber ich spiele mit blau naja ne ich spiele mit einem blauen ein blauer ist es das ist er dann spielen wir mit gelb Mamaschuppe Leo und wir nehmen Christine mit doppelter Bonus hier ne und zwei zwei Tänzer das passt alles das passt alles ja 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 Mark White Fang ok ok wir haben hier ein gelbes Match da ein gelbes Match vielleicht kommt hier unten noch ein gelbes Match wir spielen die erstmal wir spielen die ganz ganz normal ganz locker flockig eine große Kombo bitte so jetzt nehmen wir hier noch das gelbe Match ok perfekt so wo gehen wir hin wir gehen straight durch die Mitte würde ich sagen so wir killen ihn und spielen den lila Diamanten der ist für Rotbart so du machst das du kannst ausweichen das heißt wir gehen auf dich dann machen wir das und dann gehen wir mit dem Rest jetzt auf ihn dann haben wir noch gelb drunter ja das ist natürlich so mag ich meine Matches ja aber man muss auch dazu sagen unabhängig von dem Board ist natürlich auch mein Team sehr stark ne also das das ist das was ich meine so ein 3er Stack 4er Stack was halt massiven Schaden macht und ähm das hilft dir dann schon mal enorm Köfi sagt mir irgendwas der Name ne doch nicht ist das Welt der Zwerge ne sehr schön ähm gleiches Team gegen lila spielen wir mit 3 gelben ja ok 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 grün die Bombe ist dann da der rote ist da eine Chance dass hier gelb direkt kaskadiert ich habe aber sonst nichts anderes naja das spielen wir mal so ok das war eigentlich sogar noch schlechter was da passiert ist so er hat Christine und Rotbart ein bisschen gebremst aber die kriegen ja trotzdem noch Mana das ist ja der Vorteil so jetzt würde ich tatsächlich auf die Seite hier gehen weil gegen den habe ich nämlich im PvP verloren gegen Gwyn der ist ähm sehr undankbar das könnte reichen wenn nicht haben wir blau noch drunter das sollte in der Kombination glaube ich reichen ja ok er löst jetzt aus das ist nicht schlimm ah verfehlt so er hat Blutungsschan da hinten und ist tot ok so ja jetzt spielen wir hier auf der Seite wollen Magni eigentlich nicht triggern und gucken einfach mal was der Mega Minion so macht aber jetzt müssen wir ihn eigentlich schon fast anspielen er löst sowieso aus also das ist jetzt auch kein Ding er kann wenn dann nur Christine raushauen aber selbst das hat er nicht geschafft ok sehr schön sehr schön meine Punkte werden nehmen immer ab das ist auch komisch so für 5000 99 1099 98 wie willst du denn da einen Topscore hinkriegen ich meine wir sind ja 4 Punkte 400 Punkte der Jenny echt gut boah von der Piratenbucht ja der der ist den sehe ich auch immer mal wieder oben im PvP ne der ist der scheint auch richtig richtig krass zu sein der Typ nicht schlecht ey nie schlecht Krawowski von Kovcek ist auch immer sehr weit oben ja auch ein guter Mann ähm ja die 400 Punkte das sind ähm diese 400 Punkte genau diese die mir fehlen weil ich keine A-Defensive habe sondern nicht angegriffen worden bin und dann wären wir tatsächlich 4 Punkte hinter Platz 1 das heißt wir würden uns aktuell wenn wir eine A-Defensive hätten auf Platz 5 einordnen das ist schon traurig ne nur weil wir nicht angegriffen werden ist halt irgendwie echt echt schade ach Lechak aber naja so ist es nun mal wir können sich ändern ähm wir sehen uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao wir sehen uns im nächsten Video auf den nächsten Video wir sehen uns im nächsten Video